Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Rainbow Six Siege mit allen außer Bram, aber dafür haben wir gute Unterstützung und zwar in Form von Dalu Kata, die hallo. Ja, und von den Gegnern, die haben uns nämlich gerade viel Glück gewünscht. Oh yeah, äh, oben bei uns hier, naja, hallo, ja, Jey war auch hier. Ich spreng. Ja, die sind sogar noch alle da. Ah, scheiße, das haben wir mich kaputt gemacht. Peter ist richtig fairer Teamplayer, ey. Jalu, hier ist zu, aber hier ist sicher für die Kameras. Weil da läuft einer rum. Boah, lebt meine Kamera noch? Weil sie lebt tatsächlich noch. Das ist aber weit bis dahinten, ne? Ja, ich bin direkt da gespottet. Einfach aufs Dach gehen. Boah, sieht sich meine Kamera nicht. Ein ganz schöner Lacker. Okay, alles klar. Ich habe eine Kamera vor Ort. Ich habe auch eine ziemlich vor Ort. Ne, ich wurde jetzt nochmal gespottet. Wie geht das denn? Was ist die denn? Wieso ballerst du da rum? Weil da überall Springfallen sind. Ich könnte da super fusen. Wer macht das doch? Da, Lu, wo ist denn hier was gesperrt für uns? Ich habe zwei geinjert. Zwei geinjert. Da drinnen. Was ist, Peter? Ich wollte schon wieder gespottet. Können wir das irgendwie nutzen? Nein! Ach, das war nur eine Flash. Oh Gott, jetzt hängt das schon wieder an hier. Na! Null? Null! Alles, Peter! Peter, nice! Spiel Hostage! Sehr gut, Peter. Daran habe ich gar nicht gedacht, Peter zu sagen, hey, lass das, da ist eine Hostage drin. Ich habe das Gefühl, dass sie immer dran gedacht hat, dass wir Hostage spielen. Ja, ich habe nicht dran gedacht, dass du ja da reinballerst. Ja, schieb da durch auf alle anderen. Ist klar, Peter. Das ist die Schuld. Keiner hat ihn gewarnt. Ja. Das war so safe. Peter hat so viele Leute gemacht. Er hat gar nicht zwei Injert. Das war einmal die Hostage und ein anderer. Ja, wahrscheinlich, aber ich habe... Ne, ich kann doch nicht für die Hostage Spukte bekommen, oder? Nein, nein. Oh Gott. Oh, Peter, ey! Dafür spielen wir jetzt nur noch 5 gegen 4 erstmal. Tut mir leid. Gegen solche Lappen wollte er halt nicht spielen. Was ist denn los, weißt du? Holy Marmoly. Der wird gekickt. Oh wow. Fuck. Bringt uns Frost hier überhaupt. Ob was, frage ich mich gerade. Klar. Frost hat auch eine geile Waffe. Die Shotgun ist mega gut, ja. Hm? Was zielt ihr damit überhaupt? Kommen wir über oben. Hier, hier, haben wir da Probleme. Ah, schon wieder werden alle Türen zugemacht. Also ich mache eine zu und für die entscheidest du dich immer. Es müssen doch doch Kameras verbaut werden. Oh Mann, ey. Oh Gott, hier ist schon wieder alles zu. Ich wollte eigentlich auch noch so eine... Irgendwo ist hier ein Männchen rumgeeiert. Anacan. Sturm Barrikade deployed. Also bei der Hostage ist auf jeden Fall noch eine Kamera irgendwo. Äh, Billiardzimmer kommt einer rein. Ja. 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 Was machen wir das denn hier? Da ist zu, da ist zu, da ist zu. Ich glaube, ich mache hier auch noch zu. Wie schnell greifen die denn zu überhaupt? Hä, wer greift zu? Gegner? Guck mal, da ist einer. Ich markiere euch kurz welche. Zwei Stück. Zwei Schilde! Die haben zwei Schilde, Freunde. Montagne und Blitzy Boy. Ich habe keinen... Ja, und die rennen mit beiden hinterher. Ja, und die rennen mit beiden hinterher. Wir tun das für Typen. Ich stelle mich hier seitlich, damit ich die flankieren kann, wenn die reinkommen. Das ist Dalu. Oh Dalu, Dalu, Dalu. Komm, mach den weg. Komm, du musst mir helfen. Jawohl. Alles klar, spannende Runde hier unten. Ich habe ihn da in die Ecke gerillt. Yeah. Ich habe den zumindest über die Kamera zugekuckt. Nice. Okay. Kein Fuse mehr für Peter. Der Peter war klar. Ich hasse Hostage-Maps. Der Peter, der Peter hat's gemacht. Nee, der Dalu hat's gemacht, letzte Runde. Ey, du hast die Geisel getötet. Ah, das war vorletzte Runde. Können wir da mal langsam... Es ist verjährt mittlerweile, oder? Das kannst du dir ja noch die nächsten fünf Aufnahmen anhören. Nicht nur, dass du Teamkiller bist. Nein, du machst sogar noch die arme Geisel weg. Ich bin der schlimmste Feind, ey. Ja, ohne Witz, Peter. Das ist echt dein schlimmster Feind. Weißt du, sonst ist Bram immer der Killer gewesen. Aber jetzt bist du halt wieder. Irgendwer muss ja den Job machen. Irgendwer muss ja den Job machen. Okay, äh... Garage... Motorradgarage ist keiner. Was ist denn da? Was ist denn da unten? Was ist denn da unten? Peter fällt da runter. Oh ja, die sind definitiv unten. Die sind definitiv unten? Ja, Jonathan, die sind definitiv unten. Ja, ich bin grad nach oben gefahren. Achso. Das war so super grade, mein Timing. Oh, die haben Tachanka. Ich würde gerne das Ding hinter Tachanka kaputt machen. Ich bin bei dir, Peter. Wie kommen wir da hin, Jay? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo der steht. Ich weiß, wo der steht. Schau, Peter. Könntest du durchfusen. Hier könnten wir runter. Peter. Hier könnten wir runter. Hast du noch richtige Charge? Ich glaube da links. Ah ne, da. Dann mach ich mal auf, ja? Warte mal, ich finde das unglaublich schwierig. Hallo Freunde. Ach guck mal. Die ganze Zeit die mittlere Maustaste gedrückt zu lassen. So muss ich unbedingt mal umlegen. Ich glaube, der steht hier, der Tachanka. Moment. Aua, aua, aua. Die haben das elektronisiert. Aua. Ich nehme das andere, dann ist es nicht elektronisiert. Aber hier haben sie es nicht elektronisiert. Tachanka lag hinter sich. Ich mach weg, ich mach weg. Okay, ich mach das hier auf. Ja, ich mach das hier auf. Mach mal. Ach nein. Nein, jetzt haben sie es kaputt gemacht. Wie haben sie das gemacht? Ja, links ist es. Moment, Dalu, auf wen schießt du da? Auf mich? Auf mich? Auf mich? Hey, wir stehen in einer Reihe, Peter. Auf mich? Auf mich? Auf mich? Ja, warte. Der setzt das dann immer da hin, oder was? Ja, auai. Mittlerweile ist das auch elektronisiert. Mittlerweile ist das in der Mitte. Aua, doch. Da liegt einer. Richtig. Das ist ja frech. Da liegt einer beim Tisch, beim Grab und der Tachanka steht noch rechts auf der anderen Seite, hier der Wand. So. Rechts ist einer, der liegt da hinter dem Schiff. Oh, oh. Der hat den Schuss. Oh, das war mal knapp. Komm, Christian! Soll ich da weg? Der läuft ja immer mehr in den Schussfeld rein. Ja, mir leider auch gerade. Ich krieg den aber von hier aus nicht getroffen. Ich konnte den leider auch nicht anschießen, weil Christian die ganze Zeit auch... Jetzt ist er tot. Das war schwierig. Ich hab vier Leben noch. Ja, lass mich mal vorgehen hier. Ich mach das. Ich hab vier Leben noch. Da ist ne Hostage, Peter. Rechts neben der Wand. Ich hab ihn. Alter. Das war ganz schön Arsch. Peter, pass mal auf. Geh mal ein bisschen zu... Moment nicht, Peter. Da ist links einer. Der hat mich down. Ich bin tot. Dalu, kannst du mich retten? Nein, ich muss mich beeilen. Die Hostage ist am Boden. Okay, revive die Hostage. Ja, ja, ja. Ich muss die Hostage aus. Wo ist der Gegner? Der ist alles gut. Es sind alle tot. Es sind alle tot. Ach so? Alle tot, Jay. Alles cool. Irgendwer hat die Hostage niedergebracht. Wer hat denn diesmal die Hostage niedergebracht? Ich, dich, die zwei. Ich, dich, die zwei. Ah, 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 ah. Fuck it. Dalu? Ich glaub, Peter war's. Ich glaub, Peter war's. Vielleicht. Dalu? Kann das nicht auf einer von denen gewesen sein? Nee, ich war das. Ich muss sagen, ja, natürlich. Dalu. Du, du bist ein böser Mensch. Dö, 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 dö. Er lügt. Du schießt arme Geiseln ab. Der hat Bock aufs Stripclub. Oh Gott, ich weiß doch, wie Sepp da an der Stange rumgetanzt ist. Oh yeah! Das war legendär, war das. Legendär. 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 Von oben! Wir können hier nicht von oben kommen. Da guckt sich Jay auch noch abends in ner ruhigen Minute nochmal an. Nö. Hallo. Und dann schubbert der sich erstmal ein. Nö. Naja. Da ist doch niemand. So, hier können die rumkommen, dann mach ich jetzt. Wo haben wir denn hier fucking Fenster? So. Exit. Wo musst du, die muss hier noch irgendwo verstärkt werden? Nee, ne? Na, ich glaub nicht, Peter. Mach die Tür hier mal weg. Merken wir die. Ich fühle mich unnütz. Das ist okay, Peter. Christian hat alles zugemacht. Also ich hab mich realistisch eingeschätzt. Hm. Oh. Ich mach mal den Barkeeper. Peter, was möchtest du denn trinken heute? Moment, ich guck gerade wo sie sind. Da sind sie. Ich hab Sweet Beer für dich. Okay, Peter. Tut mir leid, ich muss gerade Kameras gucken, mein Freund. Wobei ich Sweet Beer generell immer abgeneigt bin, denn Sweet muss es nicht unbedingt sein. Aber das ist Red Ale. Toll. Da schießt einer durch. Ja. Ich war das nicht. Oh, guck mal. Da ist noch ein Gegner. Hallo, da ist Blitz bei dabei. Ich markiere gerade Blitz. Die sind da durch ne Wand gekommen. Alter, interessiert den doch gar nicht, dass ich den durchgehend hier live übertragend mäßig... Ja? Nein! Ich wusste doch, dass man da von oben... Ja, Dalu, du siehst das hinter dir. Da hat einer hinten den Arsch geschützt. Rechts hinter dir ist die ganze Zeit Blitz markiert worden. Ja. Okay, gut. Ah, das hat er gehört. Der Thermite steht da, Dalu. Draußen. Hinterm Gabelstapler stand der gerade. Also lass mal wieder Dalu aufräumen. Das ist der Thermite, der war bei Dalu in der Nähe. Hinterm Gabelstapler stand der. Ich hab aber oben das Fensterchen aufgemacht für den, blöderweise. Ja, Peter. Alles klar bei dir? Was geht? Sollen wir an die Stange? Ne. Willst du mich messern, du Arsch? Ja. Ey. Ah, Sepp hat mich angeschossen. Das war einer hier. Ja, ja. Das war die Stangengirl, war das. Ja, ich guck lieber wieder Kameras. Hui! Du musst allen Alkohol vernichten, das ist was Böses. Nieder mit dem Alkohol. Das ist nur noch dieser eine Thermite, der lebt, ne? Ja, es ist unauffindbar gerade. Hat die Kameras durch. Hier gerade auch die Kameras durch. Ich bleib mal bei Christians Kamera und guck dir ein bisschen über die Schulter. Ja. Das war so klar. Hoffentlich stirbst du! Wo sind die? Achso, die wissen gar nicht wo die Geisel ist. Äh, doch. Die wissen das überhaupt. Wo sind denn die Geisel, äh. Wo sind denn die Geisel? Wo sind denn die Geisel? Wo sind denn die Geisel, äh. Falscher Chat. Ah. Oh, Dalu. Ich wollte ihm den Titel auf Long Range holen. Ich hab mir nur einen Mann geschossen. Wo war der denn? Draußen vorm Strip Club. Aber er wird nicht reingelassen. Achso. Mit den Klamotten kommt er da nicht rein. Ich mit den Turnstuhl. Oh Peter, der macht ja auf. Ah, endlich passiert hier mal was. Ey, leck mich doch am Arsch. Der hat... Ne, da hat er aufgemacht, ja. Da hat er aufgemacht. Wenn er jetzt hier rumkommt, die ich am Sack. Hat er gepackt? Ich wurde gefrottet. Nice! Schönes Ding, Chris. Ich hab benaist ihn, bevor ihn erschossen. Ja. 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 Das war... Nice! Ich hab doch gesehen, wie er drauf war schon hier. Da war doch klar, dass er den macht. Das ist so eine gefährliche Sache. Nein! Guck mal, wie Christian geaimt hat. Da wollte ich schon vornherein sagen. Nice! Außer habt ihr scheinbar irgendwie so eine Tausender Ping oder sowas. Nice, wie den gespottet habt. Gerade einer gefurzt? Ja. Äh, ne. Okay. Ja das hört sich an, als wenn halt einer gefurzt hätte. Boah, das ist irgendwie echt scheiße, wenn das 4 gegen 5 ist. Aber so gewinnen wir. Ja, Hauptsache gewinnen. Warte, das ist aktuell noch meine Folge. Wollt ihr mich verarschen? Das ist super langweilig. Die Gegner haben ihn ja auch gekickt. Das war ja auch Absicht. Leg mich fett, ey. Selbstständig mal ein bisschen an. Der Club ist frei. Ne, bestimmt nicht, ey. Weißt du, ich hab die ganze Zeit nur Scheiße gemacht hier. Unten Keller, 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 wo wir gerade schon gerockt haben und Peter alles getötet hat. Ne, Moment, das ist woanders. Hä, wo hab ich denn da was getötet? Ne, ne, hast du nicht. Dalu, wo Dalu die Geisel niedergeschossen hat. Einer hab ich. Ich habe sie angeschossen. Das ist ein riesiger Unterschaden. Da liegt einer rechts. Hure. Macht ihr mich einfach kaputt? Versteck mich hier mal. Mal gucken, ob sie mich finden. Stimmt nicht. Hat geklopft. Hat geklopft. Lups. 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 Ich renne da jetzt einfach rein. Das ist wirklich groß. Stimmt doch gar nicht. Rambo. Wie ich bin gespottet. Ist doch egal. Kannst du hier aufmachen, Sepp? Äh, ne. Da muss ich da wohl aufmachen. Wir haben Pits spottet. Da draußen ist... Ja, die wissen alle wo wir sind. Da ist die Zeit. Das ist der... Zugriff. Oh, da ist alles ge... Gebritzt, Dingsd. Oh. Gebritzt. 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 Mal mal auf, wa? Was habt ihr da? Oh, lol. Das ist ja noch gar nicht der Raum. Aber ist ja geil. Das ist der Raum davor. Aber gut, dass du gerade ins Kreuzfeuer gelaufen bist. Geh, ich nehme mir dann mal die Geisel, ja? Ja? Gaui! Der Laufschlampe! Ja, wo sind die? Wo sind die? Was? Und der tötet mich als dritten da hinten, oder was? Oh, der kommt. Wait, ich bin in den Sackgasse gelaufen. Äh. Wow, Peter hat sich verirrt. Alter, der kam von hinten. Scheiße. Das ist ganz schlecht. Peter. Peter, da ist einer drinnen, die ist dann. Sepp, Sepp, Vorsicht. Die müssen die Geisel aufheben. Wenn du den tötest... Der war da, der war da. Einer ist bei mir. Down. Der letzte ist hinten durch. Ah, der pusht mich! Ah! Die Geisel ist hier. Die Geisel ist wieder aufgehoben. Nee, der liegt doch da! Der liegt doch da! Der ist tot. Mach mal auf, Dalu. Kannst du aufmachen, Peter? Warte, 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 warte. Ja, keine Ahnung. Ich dachte, da wäre Ende im Gelände. Easy peasy. Dalu squeezy. Oh, da tut mir leid, dass die leichtesten Gegner der heutigen Aufnahme-Session unsere Zuschauer waren. Hast du denn was anderes erwartet, Peter? Weißt du, ich hab nur Scheiße gemacht. Weißt du, guck mal, er ist total nett und Peter beleidigt die Leute erstmals. Classic Pete. Classic Pete einfach nur. Ich hab überhaupt nicht beleidigt, warum ich den beleidigt? Liebe Zuschauer, ich freue mir, dass ihr zugucken konntet, dass ich die Bar leer geräumt hab. War richtig, war richtig gut, die Runde. Ich hoffe, ihr könnt der Runde auch einen Daumen nach oben gewähren. Haut rein. Tschau! 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 Tschau!